Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich habe noch nicht die Tränke gebraucht. Ich war noch unterwegs, habe erstmal Utensilien für die Tränke besorgt. Aber auf dem Weg habe ich wieder ein bisschen was gefunden und das möchte ich gerne mit euch teilen. Außerdem habe ich auch wieder ein paar Level-Fortschritte gemacht, weil ich dauernd Banditen besiegen musste. So, wir haben Gräser und Kräuter 2 gefunden. Ich hoffe, das können wir lernen. Ja, nice. So, Kräuterkunde, Kräuterkunde, nice. So, wirklich, ich habe das noch nicht zu Ende gelesen. Kräuterkunde, ja, warum nicht? So, in die Sattel, da stellst du mit. Habe ich noch ein Buch gefunden gehabt? Weiß ich gar nicht. Da, Marathon. Wenn du nicht mehr kannst, fordere dich noch härter. Was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall brichst du tot. An der Ziellinie zusammen. Okay. Oh, ich kann nicht mehr lesen. Na gut, lesen wir es erstmal zum Teil. Den Rest lesen wir dann später. Oh, Vitalität. Nice. Aber den Rest müssen wir später lesen. Habe ich noch ein Buch? Ich habe Schatzkarten gekauft. Wer braucht den Schlüssel 3? Und ich habe noch einen himmlischen Würfel gefunden. Scheiß, Maus, verzieh dich. So, äh... Himmlischer Würfel. Da. Ein wundersamer Spielwürfel aus dem himmlischen Königreich zu den Menschen gesandt. Okay, ich sehe schon. Es gibt anscheinend nur Einsen und Dreier. Okay. Und ich habe organisiert ein paar Gifte für die Mainquest, wenn es ein bisschen härter wird. So, ähm... Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt ein bisschen Alchemie und so weiter machen. Und obwohl, warte, da haben wir noch was. Und zwar Fähigkeiten verbessern. Die Hauptstufe hat sich verbessert. Da haben wir wieder neue Sachen. Ähm... Ja... Nichts Großartiges halt, ne? Nö. Nehmen wir Späher 3. So, dann haben wir... Äh... Irgendwas noch bekommen, ne? Stärke. So, mit viel Schwung. Deine Angriffe ursachen mehr Schaden, verbraucht aber 10% mehr Ausdauer. Du kannst dir Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen. Und gegnerische Angriffen mit deinem Schild zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Ja. Keine Ahnung. Ja, Wildschwein bringt mir gar nichts. Nehmen wir Bollwerk. Vielleicht werde ich das eines Tages brauchen. Wer weiß da schon. Gut. Äh... Wir haben da auf jeden Fall noch einen Fähigkeitspunkt. Sehe ich gerade. Zack. Oh, mehrere. Äh... Wir haben Reiten. Weil ich viel geritten bin. Streit raus. Äh... Wetterfühlig. Dein Pferd schreit allgemein etwas weniger. Bei Unwettern dafür jedoch deutlich mehr. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Äh... Ja, gut. Ups. Nein, ich... Weg damit. Reparieren. So, Schneiderlehrlein. Für jedes selbst ausgebesserte Kleidungsstück, das du trägst, erhältst du einen Bonus von 0,5% Punkten auf dein Charisma. Hm. Gilt nicht für Rüstung. Toll. Wenn du deine Rüstung selbst reparierst, kannst du die... Äh... Kannst du sie auspolstern, damit sie weniger leer macht und auch deine Fähigkeit Heimlichkeit entsprechend weniger negativ beeinträchtigt. Trägst du frisch gewaschene Kleidungsstück, dein Charisma für einen Tag um einen Punkt erhöht. Aber machen wir Polsterung, ne? Klingt doch gut. Und dann haben wir, ups, Teichendiebstahl. Teichendiebstahl, so. Ups. Äh, diebischer Blick 3, freundlicher Nachbar, auf einer Wellenlänge. Ja, machen wir diebischen Blick, was soll's. Haben wir auch nicht mehr viel, was wir machen können. So, das war's, ne? Ja, gut. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, willkommen zurück. Ich hab einiges erledigt und, äh, ich hab sehr viele Kräuter gesammelt und, äh, gebraut und alles. Jetzt kann ich mittlerweile automatisch Tränke brauen. Und wenn ich sowas mache, krieg ich drei Stück. Ich hab jetzt ein bisschen was vorbereitet, ähm, wir haben hier Gifttränke, Heiltränke. Wir haben Retterschnaps, äh, wir haben Puppenmachertränke. Äh, wir haben quasi alles, um Gegner manipulieren zu können. So, Schützentrunk für besseres Ziel, äh, Schlaftrunk zum Schlafen. Äh, Strauchdiebtrunk, äh, um, äh, schwere Schlösser zu knacken. Das schaff ich momentan leider auch nicht. Äh, Trank des Baden brauch ich eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich nicht. Kann ich eigentlich verkaufen. Weißt du was hier? Tschüss. Werf ich weg. Trank des Nachtfalken, äh, Falken nachts gucken. Trank des Verderbens ist der stärkere Gifttrank. Und Verdauungstrank, äh, falls ich zu besoffen bin. Soviel dazu. Äh, das sind natürlich nicht alle Tränke, die ich habe. Ich hab meinem Pferd den großen Teil gegeben. Ähm, ihr seht schon hier. Ich hatte auch irgendwie 100 irgendwas Schützentränke. Ich hab einfach den Großteil verkauft. Ich hab mir gedacht, ey komm, das reicht, wenn du so einen Anteil hast von allem. Also, ich kann ja jederzeit Neues machen. Hier hab ich noch meine Utensilien, die ich gefunden habe. Und die ich, äh, ja, bearbeitet habe. Äh, ja. Das dazu, wir haben wieder ein, zwei Bücher. Weil ich zwischendurch Gräber gefunden habe, währenddessen ich Pflänzchen gesammelt habe. Und, ja, wir sind also jetzt gut ausgestattet, um, äh, weiterzumachen. Um alles, alles Mögliche zu töten mit Gift. So, robuster Magen. Möchte ich sowas überhaupt? Keinerlei positive Auswirkungen. Ich weiß ja nicht. Einfach Salz. Man gönnt sich ja sonst nichts. Gut. Wir waren, wo waren wir denn gerade? Wo waren wir denn gerade? Äh, Maskerade können wir übrigens demnächst auch mal fertig machen. Solche, ich weiß nicht, irgendwie dauert das ewig. Hm. Äh, aber machen wir erstmal hier weiter. Und da waren wir gerade bei. Finde heraus, wer in Sasao mit Kupfer arbeitet. Das stimmt. Da haben wir festgestellt, dass der gute alte Sack da oben, äh, mich angelogen hat. Deswegen laufen wir da wieder hin. So. Mr. Smeidemann. Wo bist du? Wer hier? Ah, ist jetzt natürlich viel zu spät, ne? Stimmt. Oh. Hallo? Okay. Leere Truhe. Danke für nichts. Gut. Dann, äh, warten wir hier jetzt ein bisschen. Mit dem Bogen draußen. Ist klar. So. So. Jetzt bist du bestimmt da, oder? Hallo? Zack? Bist du's? Ich könnte einen Happen vertragen. Jetzt hab ich auch noch Hunger. Ja gut, organisieren wir uns kurz was zu essen und dann suchen wir ihn weiter. Gelobt sei Jesus. Kupfer. Mein Vater sagt, ihr arbeitet nicht mit Kupfer. Ist auch so. Ich habe in der Stadt etwas anderes gehört. Es heißt, dein alter Herr hätte sämtliches Kupfer aufgekauft. Schimpfst du mich ein Lügner? Oder mein Vater? Fordere mich nicht heraus. Das wird dir wehtun. Pass nur auf, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Was? Eine Drohung? Glaubst du, ich wäre ein Narr? Du verstehst das nicht, oder? Ich will mich nicht mit dir schlagen. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ich stecke dir einfach mein Dolch zwischen die Rippen. Und drehe so lange, bis du mir die Wahrheit sagst. Jesus Maria, bist du verrückt? Wirklich? Also, redest du endlich? Immer mit der Ruhe. Du hast recht. Wir stellen nachts Kupferplatten her. Wozu die Geheimniskrämerei? Wozu die Geheimniskrämerei? Vater verbot mir, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht wieso, hat nicht gefragt. Für wen stellt er sie her? Wer kauft euch die Platten ab? Ich weiß nicht. Hab die Kerle nie gesehen. Vater spricht nicht gern darüber. Dein Vater steckt in Schwierigkeiten. Dein Vater schuldet mir eine Erklärung. Jesus, bitte tu ihm nichts. Das werden wir sehen. Gott behüt dich. Das sage ich auch nachdem, wie jemand Schläger gedroht hat. Oder mich zu ermorden, besser gesagt. So. Hier sind so viele tolle Sachen, aber ich glaube, die kann ich alle nicht einsammeln, oder? Ringelblumen kann ich einsammeln. Ich meine, ich habe momentan jedem Zeug eigentlich mehr als genug. Bis auf die Einbeere, die ist sehr schwer zu kriegen. Und die Trollo, Trolldings, gehe ich ins Trollkirsche. Trollkirsche, Trollkirsche, ne? Wieso sage ich jedes Mal Trollkirsche? Das habe ich damals schon in Skyrim gemacht. Deswegen gucke ich mich mal hier oben, ob ich irgendwo Trollkirsche, Trollkirschen finde. Immer diese Trolle. Minze. Minze ist auch nicht schlecht. Das ganze Feld abgegrast. So, jetzt haben wir Minze. Okay. Sonst haben wir hier nichts. Trollkirsche. Nice. Ich habe eine Farm gefunden für Trollkirsche. Okay, Moment. Das ist eins. Mit Trollkirsche mache ich halt mein Gift. Deswegen muss ich mir das markieren. Geilo. Geilo. Wie viel habe ich jetzt davon bekommen? Knapp zehn Stück. Geil. Immer wieder zehn Stück. Ich kann also theoretisch hier einfach einen Tag warten oder so. Und dann spawnen die nämlich neu. Und dann kann ich sie wieder nehmen. Ja, ja, ja. Zu einfach ist das. Aber wieso ich sowas nicht pflücken kann? Weil es gibt ja Beete und so. Naja. Wir suchen jetzt den alten Knagger. Den sehe ich. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Wie sieht es hier in der Taverne aus? Äh, reden. Gott sei mit dir. Füffeln? Mach's gut. Pass etwas besser auf. Mein Gott. Weiß hier wirklich niemand etwas über ihn? Gern geschehen. Zack. Ich habe dich gefunden, du alter Softball. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wegen des Kupfers. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich habe dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Dein Sohn hat etwas anderes gesagt. Dein Sohn sagt etwas anderes. Wie bitte? Ja. Was faselst du da für einen Unsinn? Sei ihm nicht graben. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Na schön, du hast gewonnen. Ja, wir machen Kupferplatten. Und ich will nicht, dass es bekannt wird. Warum? Es bringt viel ein und ich gebe zu. Ich habe mehr als nur ein bisschen Schiss vor den Leuten. Du bist ein Feigling. Du hast dich einschüchtern lassen? Ich hätte dir mehr Schneid zugetraut. Ich mir auch, glaub mir. Aber für meinen Stolz riskiere ich nicht mein Leben. Man sollte sich nicht mit Schurken einlassen. Das passiert nun mal, wenn man mit Banditen handelt. Du musst mir nicht drohen. Wir können beide profitieren. Ich sag dir alles. Und du hilfst mir im Gegenzug bei einer kleinen Sache, die mich für die verlorenen Einkünfte entschädigt. Na gut, was schwebt dir vor? Was schwebt dir denn vor? Kürzlich wollte ich meinem Sohn Vitus das Geschäft von Meisterschmied Otto kaufen. Aber der Alte will nicht hören. Er meinte, er wird es nicht ertragen, wenn ein Tölpel wie mein Vitus in seine Fußstapfen tritt. Trotz der Beleidigung habe ich mein Angebot verdoppelt. Aber er gibt nicht nach. Und was hat das mit mir zu tun? Hab gedacht, ich zeige Otto, dass Vitus keineswegs ein Dämmlack ist. Aber dafür brauche ich einen, der weiß, wie man kämpft. Okay. Sollte kein allzu großes Problem sein. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Otto werkelt eine hübsche Rüstung für den Vogt herum. Da dachte ich mir, wenn wir irgendwie zeigen können, dass die Rüstung nichts taugt, ist er unten durch. Und wie sollen wir das anstellen? Naja, ich dachte mir, wir sorgen für den Zweikampf mit Knüppeln. Du ziehst Vitus Rüstung an und Otto packt seinen Kerl in seinen Haufen Blech. Du lädst den Vogt als Zuschauer ein und machst Otto so vor allem zum Gespött. Und was hätte ich davon? Das, was wir besprochen haben. Ich lasse die Kupfersache mit den Fälschern bleiben und verrate dir alles, was ich weiß. Hm. Was wäre, wenn die Rüstung einfach verschwinden würde? Wie wäre es, wenn die Rüstung für den Vogt auf mysteriöse Weise verschwindet? Jesus Christus, denk nicht mal daran. Andererseits, wenn Otto dem Zweikampf nicht zustimmt, bleibt uns nichts anderes übrig. Genau. Und da es dir darum geht, Otto zu ruinieren, hätte seine gebrochene Vereinbarung mit dem Vogt vielleicht sogar schlimmere Konsequenzen für ihn. Da hast du recht. Tu, was du für richtig hältst. Aber falls die Rüstung, naja, wegkommt, taucht danach nicht bei mir auf. Ich weiß von nix, klar? Natürlich. Okay, Säbelrasseln. Gott behüt dich. Okay, Quest. Säbelrasseln. Dann wollen wir mal. Stille die Rüstung des Vogts aus Ottos Werkstatt. Easy. Clown ist leicht als kämpfen. Guck mal her, fertig. Reiten wir doch einfach mal geschwind dorthin. Ich frage mich, ob ich den Zweikampf trotzdem machen könnte. Ich meine, ich will es nicht, weil... Keine Ahnung. Die Leute blocken hier zu viel. Ich mag das nicht, wenn man sich nicht treffen kann. Und mit Pfeil und Bogen kann man sich immer treffen. Halt schon, Alter. Das wäre mein Dream. Guten Tag, alte Frau. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Tu mal nicht so. Ich bin drin. Ich helfe doch gerne. Der Meister, oder? Oh. Glück und Gesundheit. Übung. Reparieren. Bitte zeigen. Selbstverständlich. Fortgeschritten. Ich möchte meine Technik... Zu Er... Na gut, da nicht. Ähm, ich... Du wirst zu einem Zweikampf herausgefordert. Meister Otto, ich habe eine Botschaft für dich von Zag dem Schmied. Wenn es ein weiteres seiner großzügigen Angebote ist, kehr direkt um. Ich verkaufe nicht und damit hat es sich. Nein, etwas anderes. Vitus fordert dich zu einem Zweikampf heraus. Was? Ich soll mit diesem Balk kämpfen? Zag hat wohl den Verstand verloren. Hast du Angst? Hast du etwa Angst vor ihm, Meister Otto? Ha! Ich? Angst vor dem? Absurd. Aber ein angesehener Handwerker wie ich kann sich kaum balgen wie ein Halbstarker. Es wird ein Zweikampf mit Knüppeln. Kein Blut vergießen. Höchstens blaue Flecken und ein paar Dellen in der Rüstung. Zag erwählte mich, Vitus Rüstung zu tragen. Und nun muss von mir ebenfalls ein Recke außer Korn werden? Klingt vernünftig. Gut. Wann und wo soll der Zweikampf stattfinden? Ha! Immer langsam mit den jungen Pferden, Bursche. Ich möchte dir ein Gegenangebot machen. Sicher zahlt Zag gut. Ich tue es nicht wegen dem Geld. Ich mach's nicht des Geldes wegen, sondern aus Gefälligkeit. Du bist wahrlich ein barmherziger Samariter. Ich weiß, ich weiß. Dennoch, ich könnte dir mehr zahlen. Und dir einen Kyrasma schneidern. Was sagst du? Du meinst, ich soll als dein Recke antreten? Ich nehme nicht an das Zag das Gefühle. Nein, nein, du kämpfst für Zag. Und verlierst. Okay, ich mach's. Na gut, ich tue es. Ausgezeichnet. Zag wird sich noch wundern. Du wirst dich noch wundern. Wähle Zeitpunkt und Ort. Was? Ich? Du wirst herausgefordert. Also ist es dein Recht. Mir egal. Klär das mit dem Vogt. Er sollte sowieso Bescheid wissen, damit man mich nicht für einen Störenfried hält. In Ordnung. Hitler, Chef. Aber erstmal klaue ich dir deine Rüstung. Gott, behüt dich. Hihihihi. Was ist das? Oh. Hallo, bist du Handwerker? Mach doch die Türe zu. Ich will doch nicht erwischt werden. So, jetzt muss ich mich beeilen. Alter, jetzt komm. Komm schon. Aha. Hier ist er nicht dabei. Mist. Oh, hi. Na, was du heute machst? Nein, tschüss. So, was ist jetzt mit dem Duell? Ich will ein nacktes Duell machen. Ja. Schade. Das war eigentlich richtig gut geplant. Ich hätte zwei Belohnungen kriegen können. Okay, wenn ich es verkackt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht die Belohnungen bekommen. Aber vielleicht hätte er mir irgendwie vorher schon Geld geben können. Ist ja nicht so, als hätte ich genug Geld. Aber egal. Ich mache es alles nur wegen der Gier. Ich bin der Dagobert Duck. Genug Geld, aber scheiß drauf, ich will mehr. So, perfekt eingepackt. Ich bin bei Otto eingestiegen und habe die Rüstung stibitzt. Psst, leise. Ist dir das Wahnsinns? Wir hatten eine Vereinbarung. Ich schaffe dir die Konkurrenz vom Hals und du sagst mir, was du über die Fälscher weißt. Na, klingelt's? Oh, schade. Was kannst du mir über die Fälscher sagen? Raus damit. Wie ist das alles gelaufen? Eines Abends kam so ein lausiger Bettler zu mir und stellte sich als Rappota vor. In einem gelben Umhang. Ständig am Pfeifen. Ihn begleitete ein Ritter, aber der nannte seinen Namen nicht. Hm. Sie sagten mir, was ich zu tun habe, wie viel ich dafür kriege und dass ich das Maul halten soll. Hm. Wo finde ich diesen Rappota? Oder den Ritter? Weiß nicht, aber den Wagen mit der Ware habe ich immer hinterm Kloster auf einem Hügel neben einer kleinen Kapelle und in einem großen Baum abgestellt. Sonst noch was? Das war alles, ich schwöre es. Das genügt mir fürs Erste. Gut. Bis später. So, sehr schön. Das haben wir erledigt. Kommen wir nun zu Alles, was glitzert zurück. Finde heraus, wer in Sasan mit Kopf verarbeitet. Drei Stück? Sprich mit Meister Feifer. Ich soll jetzt zurück, oder was? Ich glaube, ein Fakt. Ne, ist hier, okay. Ey, ich will hier deportieren. Ich meine, wandern. So, Freunde. Das soll es aber für heute gewesen sein. Wir haben das mit dem Kupfer geritzt. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann treffen wir uns mit Meister Freya oder Frey, Frey, Freyfro, FIFA, keine Ahnung. Hau rein, euer Zero. Tschüss. Wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank.